Hallo, hallo. Oh mein Gott. Hier sind wieder eure Matic Shroom Bros. Hatte ich im letzten Part erwähnt, dass das die schlimmste Stage ist, die es im ganzen Spiel gibt? Nein, hast du nicht. Ich hasse sie. Also nicht der einzige Level, sondern die ganze Welt. Der Shit ist viel zu laut. Man hört uns gar nicht. Vermutlich. Nein, ohne Scheiß. Der Shit ist viel zu laut. Man muss den Shit leiser drehen. Das verkackt die komplette Audio. So ist gut, ja. Jetzt hört ihr uns wieder. Vielleicht haben wir dann unseren offiziellen Twitter am Laufen. Ja, das heißt, wenn irgendwelche Fragen kommen, Twitter at Magic Shroom Bros, dann beantworten wir die gerne. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Content in unseren Videos. Ne? Das ist sogar Computer, die Content ist voll gut. Oh, ich hab Angst. Wow, es gibt sogar Sachen unter Buttrooms. Scheiße. Was? Es gibt... Ach ja, Hashtag Buttrooms, vor Fragen an uns. Es gibt echt Sachen unter... Okay, kein Hashtag Buttrooms. Na doch, doch Hashtag Buttrooms. Es ist nur ein Ding. Es ist... Es ist... Stimmt. Es ist... Sind es nicht Zweilinger? Es sind Buttrooms. Cool. Hashtag Buttrooms, Hashtag Shrooms, Hashtag Nature, Hashtag Kalovna, Insta... Bläh. Insta Bläh? Insta ganz viel Insta Bläh. What? Das waren Sprite Legs. Ich wollte gerade sagen, das waren zu viele Sprites. Kann das sein? Ja. Kann das angehen, dass das zu viele Sprites auf dem Bildchen verhandeln? Ja, das waren ein bisschen zu viele Sprites. Wo ist meine Cola? Die steht vorne. Die haben gerade angefangen. Wo ist der Timer? Scheiße. Egal. Ah nein, wir haben unten. Da. Ah, man kann die nicht von oben töten. Da ist ein Timer. Blach. Hast du ihn gesehen? Hast du unseren Timer gesehen? Nein. Vernünftig. Ah, ah. Oh. Das sah irgendwie geglitscht aus. Ich blende mal hier ein Standbild von der Sekunde ein. Bitteschön. Hier sind fortwärtslich zwei Minuten ein paar drin und ich muss schon was machen. Ja. Dein Ernst? Neue Aufnahmesession und so. Ja. Stimmt. Wir sind nicht mehr seelisch kaputt. Da war ja was. Und vor allem sind wir nicht bei Janik. Stimmt, wir sind wieder bei Marco. Ja, ich wollte gerade sagen. Es wechselt irgendwie hin und her zwischen den Aufnahmesessions. Nächstes Mal wieder bei Janik. Dieses Mal bei mir. Was? Das wüsste ich. Ansichtssache. Ich will dich nicht nochmal bei mir haben. Das letzte Mal wussten wir auch noch nicht, dass wir das nächste Mal bei mir sind. Das müssen sie ja nicht wissen. Wir haben wortwörtlich das letzte Mal vor zwei Monaten aufgenommen. Echt jetzt? Das ist zwei Monate her? Ach, wir müssen öfter aufnehmen. Stimmt. Oder nicht so viel am Stück aufnehmen. Ah, das war dumm. Du bist blöd. Schon ja. Da. Da, 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 da. Ich liebe die Physik mittlerweile. Sobald man es irgendwie ein bisschen geschafft hat sich daran zu gewöhnen. Mhm. Ist die Physik voll cool. Ist die Physik voll cool, sagt er. Die, die, die. Hey, ich hab was in der Hand Physik unter Wasser. Hey, ich hab was in der Hand Physik unter Wasser. Shit. Blablabla. Blablabla. Ich muss dein Wookie für euch überblenden. Nicht gut und... Achso. Ich dachte du wolltest heiß sagen. Nee, ich hab... Weil ich wollte nämlich heiß sagen. Du wolltest heiß sagen, aber ich hab gesagt... Weil das hat das... Cool. Wo ist der Secret Exit in dem Level? Das weiß ich doch nicht. Ich hab doch keine Ahnung von dem ganzen Shit. Denkst du ich? Ich weiß noch was darüber. Ich weiß noch was darüber. Oh. Da unten sieht es irgendwie sie nach... Na ne, das sieht noch nach Yoshi-Coin aus. Jojo. 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 Die kann man sich ja mal entgehen lassen. Die Yoshi-Coin? Nee. Ich bin auf 100% alle Yoshi-Coins, alle Coins. Ja. Ach. Ekel auf der Wasser. Ich bin nicht auf 100%. Doch. Nein. Die Secret World könnt ihr vergessen. Jetzt auf Twitter abstimmen. Wir haben 5 Follower oder so. Wenn wir 2 Retweets bekommen, dann spielen wir 100%. Auf unserem gesamten Account. Ja. Ich hab übrigens den blauen Switch Palace freigeschalten. Heißt es freigeschalten? Freigeschaltet. Irgendjemand sagt immer freigeschalten. Zombie sagt immer freigeschalten. Ich guck Zombie, jetzt wisst ihr es alle. Scheiß auf das Leben, wir haben 74. Er steht bei uns in den Leuten, die voll cool sind. In unserem Kanal. Weil du ihn abonniert hast. Ja. Weil du dich zuhause nicht ausgelockt hast. Zombie ist der beste Alter. Hä nein, ich hab mich extra mit unserem Kanal eingeloggt, weil du deinen ganzen Shit. Du hast den ganzen Shit auch ohne meine Zustimmung abonniert. Nein. Doch. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Dann hast du Zombie abonniert, dann hab ich den ganzen Shit gemacht. Du hattest den ganzen Shit vorher abonniert. Nein. Ninja Sex Party und sowas von vorher abonniert. Nein, die hab ich nicht abonniert. Der hab ich nur in die Liste gepackt von Leuten, die voll cool sind. Fuck. Ist das nicht dasselbe? Nein. Oh. Gut zu wissen. An dieser Stelle Ninja Sex Party voll die L-Band. Beste Band. Beste Band. Kauft euch alles. Kauft euch alles. Jetzt. Alles was es an Mörtel kommt. Pausiert unseren Part. Wir geben euch zwei Minuten wie letztes Mal. Nein. Nein. Hör auf. Nein, pausieren ist blöd. Ach was. Habe ich auch bemerkt, als ich den Part nachhinein geguckt habe. No Shit. Ja. Der Part war aber toll. Ja. Eigenlob. Wow. Wow. Die waren hier vorher noch nicht. Ich wusste doch, dass da was fehlt. Die haben gerade lege gefehlt, als ich den das erste Mal gemacht habe. Das ist beeindruckend. Mario. Nicht verpackt. Die nicht verpackte Version. Ach. Verdammt. Ein kranker Motherfucker. Wo muss ich hin? Hallo. Da oben rechts. Oh. Hi. Du bist dumm. Ach so. Okay. Ich habe es verstanden. Eikade. Pokémon FireRed The Fingered Version. Ach scheiße. Das ist doch falsch. Pokémon The Fingered Version. Das war schon alles. Oh. Oh. Hast du gesehen, wie ich dem ausgewichen bin? Das ist auch noch ein Pokémon. Ja. Hab ich. Den kriegst du auch irgendwann noch wieder, sobald ich in drei Jahren durchgespielt habe. Hast du den langsam mal durchgespielt? Ich habe noch nicht mal angefangen. Wir können auf dem Kanal spielen. Stimmt. Wenn ich mir danach den ganzen Pokémon Shit auf meinen Schwarz-2-Spielstand drauf klatschen darf. Ja. Weil mein Schwarz-2-Spielstand nämlich voll cool ist. Auch wenn ich noch nicht mal ganz die legendären Pokémon gefangen habe. Das Einzige, was ich noch, was ich habe, ist Cresselia, glaube ich gerade. Nee, hab keine Ahnung. Hast du gesehen, wie cool das war? Oh, ich bin ja schon durch. Mit Pokémon habe ich nach den, wirklich nach den ersten 100, wieviel auch immer, 50, 151 oder so. Ja, 151. Komplett aufgehört. Ich habe keinen Plan mehr, wie die danach heißen, ja. Selbst die ersten kriege ich nur noch schwerhändiger. Ich bin kein großer Pokémon Fan. Echt? Die ersten Kriege, die ersten 150 kriege ich auswendig hin. Geben wir 20 Minuten und bis 493 schreibe ich die Arne auf. Das ist Material für In-between-Rooms. Oh, okay. Das kommt. Das wird mit diesem Part verknüpft. Das kommt raus. Oh Gott. Jetzt habe ich was versprochen. Oh ja. Das war ein falsches Versprechen. Ein schlechtes Versprechen. Wahrscheinlich schaffe ich es jetzt echt und es wird voll cool. Es wird voll cool. Wir haben das Ring geändert. Ja, wir sitzen jetzt auf dem Sofa und nicht mehr auf ekelhaften Stühlen. Auf jeden Fall ist es um einiges bequemer als sonst. Und sowieso vor allem... Definitiv. ...verfickt nochmal sehr viel bequemer als bei Paul. Bei Paul saßen wir zwar auch auf dem Sofa, aber ich musste... Ähm, ja sagen wir. Oh, der war in mir. Geil. Das hätte ich gerne nochmal wiederholt und verlangsamt. Ja sagen wir. Oh, der war in mir. 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 Dankeschön Marco. Wow, der war in mir. Achso, mein Spruch und nicht die Szene, wo er in mir war. Ich dachte, du blendest die jetzt ein. Du hast sie eingeblendet jetzt. Ah, fuck. 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 Das hast du gescalced gelöst. Fuck, 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 fuck. Ich hab nur das nicht. Wow. Dieser Pilz verarscht mich. Nein, aber genau in dem einen Pixel drin. Genau da, wo du ihn nicht bekommen kannst. Wow. Nein. Wow. Wow! Ich war mir nicht sicher, wer da oben zerplatzt hat. Du fährst fortwörtlich im Ziel. Ja, ich war wortwörtlich im Ziel. Immer wenn ich rülpse, muss ich in diesem Part ein Wookie-Geräusch einblenden. Okay. Wie kommst du da jetzt drauf? Weiß es nicht. Dieser Moment, wenn du in der Millisekunde, in der du springst, realisiert, dass du tot bist. Gewöhnt euch wieder dran. Du hast wortwörtlich Irgendwie nichts an deinem Spiel hat verändert. Was? 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 Blende bitte ne Zeitlupe davon ein. Das war witzig. Okay, ich hab dich aufgefasst. Ich hab's nicht gesehen. Ich werd später sehen. Du wirst es sehen. Ich krieg immer so einen kleinen Herzinfarkt, wenn ich oben an dem Pilz hier da gerade hängen bleib. Wow. Ja, weil ich immer denke, ich fall dann runter einfach. Da, 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 da. Da waren münzen drin Da ist irgendwas drinnen, nö. Warum passt's denn nicht? Nee, ihr anest 없어. Ihr Bastarde! Ihr unsere fünfter Follower Bastarde! Dass du nichts anderes. Ja, so massen sie doch, oder? Genau. 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 Weißt du, PewDiePie hat Bros, wir haben Bastarde. Das ist voll witzig. Wuuuh. Habt dein Level geschafft. Dann erstmal acaba das Ding nicht bekommen ey. dann den kleinen bilder nicht kriegen wir können die aufnahmen machen wir die 15 kommen diese aufnahme machen wir die 15 15 machen weil die 15 voll chillig sind kommen kommen wir machen die 15 das habt ihr alles mir zu verdanken ihr was war das heißt für mich eigentlich nur dass ich mehr zeit habe um erdnüsse zu futtern und das hagan immer weiter in die ferne sind bestimmt ich muss mich mit mario rumquälen was ich eigentlich voll gerne spiel weil es irgendwie zu einem meiner lieblingsspiele geworden ist seitdem ich vor einem halben jahr angefangen habe zu spielen das macht auch voll spaß ist mein lieblingsspiel mein absolutes ich wollte dich gerade fragen ob du wahnsinnig geworden bist nein mario ist echt toll was ist dein lieblingsspiel an dieser stelle meine keine anekdote von marco wenn ihr einen gamer fragt was ein lieblingsspiel ist es so als würde die eine mutter fragen welches kind ihr lieblingskind ist für alle die sich nicht vorstellen können ich liebe alle spiele gleich viel außer schild auf der kolosser schild auf der kolosser ist das beste spiel überhaupt ok meins war eine zeit lang echt so ein shit wie battlefield ich habe echt lege 300 spielstunden 330 spielstunden glaube ich mittlerweile sogar bettet mit bettet zusammen 340 oder 350 ich habe die spiel allein mehr in skyrim ja in skyrim und gibt es geil habe ich auch noch mal 250 oder so ich weiß was wir mal so der kommt ganz runter ich bin vereinzelt von deinen fähigkeiten zu stehen und zu sterben dankeschön in dieser reihenfolge dankeschön und jetzt haben wir nichts mehr zum reden ja voll weg lass mal nie wieder reden in unseren lutzplatz das wäre ja quasi woksos woksos nicht mal weil wir schlecht sind das stimmt weil wir die quäls russ das wären einfach nur gameplay videos gameplay gameplay ich habe angst vor euch nur weil du einen verbluten 15 minuten part haben wolltest ja dann haben wir jetzt nichts mehr zu reden ich hätte das verfolgt nein das war richtig cool ich bin nicht für 15 part ausgelegt 15 minuten part ausgelegt so der part ist für mich vorbei ich kann ich kann nicht mehr kommentieren echt jetzt ja das sehr traurig für dich ich probiere ich noch zweimal oder so vielleicht kann es mal aufhören erdnüsse zu fressen und zu schmatzen das ist voll ekelhaft alter nein nein eigentlich ist es voll cool voll normal das war ein spin jump ich hätte auf dem spin jumpen sollen komm anderthalb minuten komm unterhalte sie ich war noch nicht damit er steht einfach auf und was tut er oh ok gitarre spielen ich war noch nicht fertig mit was ist mein lieblingsspiel ich weiß es gar nicht momentan ich möchte monstern erzähl uns von deinem lieblingsspiel jannik äh monsternter du tötest monster riesige monster wie hört sich das in der aufnahme voll scheiße an so wahrscheinlich ich hab keine ahnung ich auch nicht du musst mir was beibringen teach me machst du nimmst deine finger und packst die da drauf und dann nimmst du deine anderen finger dann machst du äh dann macht da macht die gitarre geräusche echt funktioniert fast wie bei frauen hallo myriam schönen gruß an dich ich hab dich ganz doll lieb alter nie wieder 15 minuten ich fühle mich voll merkwürdig echt jetzt nie wieder ich weiß es nicht 15 minuten und du hattest die idee nirgendwann mal eine stunde part zu machen eine stunde part nächste woche nein quatsch mein gesammert das alles kaputt ja das liegt alles an der gitarre ich pass meinen gesang halt der gitarre an und deswegen ich hab das nicht so von gehauen ach du mongo alter das war knapp mongo alter oh scheiße es wäre voll cool gewesen wenn ich direkt in der tür gelandet mir gelandet nicht gelanden ich wusste nicht wo die tür ist nächstes mal was aber mario old nein doch doch in der in der millisekunde in der ich aufgehört war zu sagen ist der Part vorbei. Nee. Doch. Nein. Hab ich auch Pause gemacht. Ah. Ah. Du wolltest einen 15-Minuten-Part. Jetzt hast du deinen 15-Minuten-Part. Jetzt hast du sogar 16 Minuten. Ja, nix da hinten. Irgendwo. Sie war übergebeugt vornüber. Ich seh jetzt nur noch seinen Hintern. Oh. Das ist genau. Part vorbei.